Heute wollen wir wieder zu Psalm 46 zurückkommen. Dieser Psalm berichtet uns von der Macht Gottes. Der erste Vers ist der Schlüsselvers. Der Herr ist unsere Zuversicht und Stärke. Der Schlüsselvers im zweiten Teil des Psalms ist Vers 11. Seid still und erkennet, dass ich Gott bin. Der Psalmist weist uns darauf hin, Gott ist es, der die Völker führt. Er ist es, der letztendlich die Entscheidungen der Kriege auf dieser Welt in der Hand hält. Denn er ist der Herr und nicht irgendein König oder Staatsoberhaupt. Aber diese Tatsache ist uns Menschen oft nicht bewusst. In unserem Trachten nach menschlicher Stärke und Macht meinen wir oft unser taktisches Geschick und die Stärke unserer Armeen würden über Sieg und Niederlage entscheiden. Nein, sagt dieser Psalm, Gott ist es, der die Fäden in den Händen hält. So kommt es zu diesem Aufruf in Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Andere Bibelübersetzungen sagen, haltet ein, hört auf in eurem Tun und kommt zur Ruhe. Erkennet, dass Gott der Herr ist. Oder lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Oft sind wir so aktiv, überaktiv, weil wir die Stille fürchten. Wir wollen die Stimme Gottes nicht hören. Oder aber wir haben einen großen Aufruhr in unserem Herzen. Fragen, die sich aufbrausen und unser Herz unruhig werden lassen. Wir alle kennen die Sorgen. Wir kennen die beschwerte Seele. Warum, Herr? Wieso? Herr, weshalb? Lass deinen Aufruhr. Ja, lass deine Dispute und Diskussionen. Komm zur Ruhe. Erkenne Gott. Du musst nicht auf alle deine Fragen eine Antwort haben. Werde still. Lass Gott Gott sein. Er weiß, was er tut. Bete ihn an. Wie oft müsste dieser Vers über unserem Leben stehen. Komm doch zur Ruhe. Ja, unser Leben ist von Hektik und Trubel durchdrungen. Wir werden gejagt. Aber jetzt in dieser Corona-Zeit ist vieles eingeschränkt. Wir müssen neu lernen, Dinge loszulassen, um zur Ruhe zu kommen. Was für eine Möglichkeit in dieser jetzigen Krise. Werde still und erkenne, Gott ist der Herr. Jemand sagte, in Krisenzeiten sollten Christen die ruhigsten Menschen sein, denn sie haben einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Wir können auch sagen, sie haben einen Gott, den die Welt nicht kennt. Stille Zeiten müssen heute in unserer lauten Welt erkämpft werden. Als ich vor fünf Jahren nach Bangkok zog, erlebte ich einen Kulturschock. Bangkok ist eine Mega-City, eine Weltstadt, über 15 Millionen Einwohner. Das Leben hier ist einfach nur laut. Großartige Hochhäuser, Menschen und Autos, ein Konzert von Motoren, die aufheulen, und hupende Mopeds, blinkende Werbungen, Geschäfte, die dich mit Musik berieseln, Straßenverkäufer, Straßenmusik, Straßenmärkte und Bazaare. Ja, am Anfang war das alles sehr abenteuerlich, aber mit der Zeit merkte ich, ich möchte einfach nur Stille. Männer Gottes wurden in der Stille vorbereitet. Mose wird auf den Berg Sinai gerufen. In diesen Tagen der Stille und Einsamkeit erlebt er Gemeinschaft mit Gott. Oder wir denken an den Propheten Elia am Bach Krit. Oder Johannes der Täufer. Er wählte die Einsamkeit der Wüste und beginnt von dort aus einen vollmächtigen Dienst als Bußprediger. Auch Jesus selbst wird vom Geist für 40 Tage in die Wüste geführt, in die Einsamkeit, bevor er seinen Dienst als Wanderprediger in Israel begann. Und auch während seines Dienstes, so berichten uns die Evangelien immer wieder, suchte Jesus die Stille auf, die Geborgenheit, die Abgeschiedenheit, das Gespräch mit seinem Vater. Lasst uns Mose und Elia noch einmal näher betrachten. Auf dem Berg Sinai sprach Gott zu Mose und den Israeliten. Es war ein machtvolles Reden Gottes damals. Donnerschläge, Blitze und Jagdhorn, Klinge bereiteten das Reden Gottes vor. Du kannst es nachlesen im 2. Mosebuch, Kapitel 19. Jahrhunderte später kehrt der Prophet Elia auf denselben Gottesberg zurück. Dort durchlebt er ein weiteres Mal die Erfahrung seiner Vorfahren. Orkane, Erdbeben und Feuer, und der Prophet ist bereit, die Stimme Gottes aus dem Donner heraus zu hören. Aber Elia muss feststellen, der Herr ist nicht in den überlieferten, für ihn bekannten Phänomenen seiner Macht. Der Herr war nicht im Wind, der Herr war nicht im Erdbeben und der Herr war nicht im Feuer. Als sich der große Lärm legt, hört Elia ein stilles, sanftes Säusern. Und da spricht Gott zu ihm. Spricht nun Gott mit lauter Stimme oder in einem Hauch der Stille? Müssen wir uns nach dem Volk Gottes am Berg Sinai ausrichten, wo Gott laut spricht? Oder uns doch mehr den Propheten Elia zum Vorbild nehmen? Spricht Gott immer nur laut oder immer nur im sanften Säusern? Wir erleben Gott in beidem. Wir brauchen Zeiten, in denen Gott laut zu uns spricht. Warnungen, Weckrufe, die wir so sehr nötig haben. Trompeten sind in der Bibel immer ein Bild für Gottes machtvolles Reden. Aber Gott will auch in der Stille erlebt werden. Der Orkan auf dem Berg Sinai spaltete die Felsen. Doch das stille Wort Gottes ist fähig, ein Herz aus Stein aufzubrechen. Für Elia war die plötzliche Stille wohl bedrohlicher als Orkan und Donner. Die machtvollen Offenbarungen Gottes waren ihm vertrauter. Hatte er doch gerade erlebt, wie Gott Feuer vom Himmel schickte. Donner, Blitze, lautes und sensationelles Eingreifen Gottes waren sein Element. Was ihn nun verstört, ist die Stille Gottes. Denn sie ist so ganz anders von dem, was Elia bis dahin erlebt hatte. In der Stille will das Wort Gottes unsere verborgenen Winkel des Herzens erreichen. In der Stille erweist es sich kraftvoll und schärfer als das zweischneidige Schwert. Es durchdringt, bis es kommt zur Scheidung von Seele und Geist. Hebräer 4, Vers 12 Wenn wir Stille halten, verstecken wir uns nicht länger vor Gott. Und sein Licht kann das in uns erreichen, was Heilung und Veränderung braucht. Darum sei Stille. Suche die Stille. Erkenne Gott. Das ängstliche Herz darf still werden. Die Wellen dürfen sich legen. Du darfst zur Ruhe kommen. Du musst nicht viele Worte machen. Dein Gebet kann auch ohne Worte bleiben. Halte still. Tritt bewusst ein in die Gegenwart Gottes. Und dann sprich leise. Denn der Himmel ist dir nahe. Amen.